So ihr Lieben, damit ihr einfach mal miterleben könnt, dass unser Polenauto wieder täglich vor der Tür steht. Ganz klar, Basti kommt gerade an mit den Welpen, damit ihr euch einfach mal ein Bild machen könnt, wie die Ankunft hier bei uns in der Welpenhilfe ist. Dauert zwar alles ein bisschen, aber so ist das. Hi Basti! Hallo! Genau, machen wir auch schon startklar. Da sind die Boxen drinnen. Ist das Kennzeichen weg oder ist es hier vorne? Oder ist es auch in der Dings? Okay. Hallo, herzlich willkommen! Hallo! Und da hinten ist noch die andere Box. Hallo, herzlich willkommen! Jetzt geht es erst mal raus. So, habt ihr mal den ersten Eindruck, wie das so ist bei uns.